Du stehst ein heiser im Wald in der Wiesn, der steht doch schon seit ein paar hundert Jahren. Was kann das heiser nicht alles noch wissen? Und erzähl, wir sind alle wohl. Du stehst ein heiser im Wald in der Wiesn, die schönsten Fleurmannen blieb noch mal dumm. Es steht leer und fällt fast auseinander, verlosen und kaum Mensch aus. Warum? Du stehst ein heiser im Wald in der Wiesn, vor dem Tierrausch der Wiesn noch ein Vorteil. Kinder spielen, zwar haben sich von ihm, das kann ich nicht, so ich will immer so sein. Das sind die Fremde und die Gäste aus der Ferne. Das sind die Fremde und die Gäste aus der Wiesn, das ist die Fremde und die Gäste. Das sind die Fremde und die Gäste aus der Fremde und die Gäste aus der Fremde. Die Gäste aus der Fremde und die Gäste aus der Gäste aus der Fremde und die Gäste aus der Fremde. da knähe hoch und schnitt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020